Also ich heiße Vincent Pongatz und ich spiele Karinette und komponiere. Wie heißt dein Projekt oder deine Projekte? Das Projekt, was ich in den letzten Jahren hauptsächlich gemacht habe, war das Synesthetik-Oktett. Und jetzt arbeiten wir an einem Quartett, eigentlich fast mit der Rhythmusgruppe vom Oktett. Und das wird so das Nächste. Und wie seid ihr da besetzt? Besetzung ist Schlagzeug, Bass, Gitarre, Rhythmusgruppe und dann fünf Bläser. Also ich spiele Karinette, Posane, Trompete, Basskarinette und Saxophon und Flöte. Untertage, Unterwerksbau der österreichischen Musik. Postschön Underground Music und Beiträge aus dem Medien- und Sozialbereich. Jeden dritten Sonntag um 22 Uhr.